Hallo Leute, heute beim 1-Minuten-Star Bene Gudjan. Hallo Bene. Hi. Hallo Bene, woher kennt man dich denn? Woher kennen dich unsere Zuschauer? Ihr kennt mich als Seth Cohn aus OC California oder Loris aus Game of Thrones oder Jasper aus Twilight zum Beispiel. Okay, aber du machst ja auch sehr viel im Anime- und Zeichentrickbereich. Ja, ich bin Xander aus Drawn Together, ich bin Brooke aus One Piece und Chris Griffin aus Family Guy. Okay, und ich habe gehört, du machst auch Radio. Ich mache Radio in München, beziehungsweise für ganz Bayern. Ich bin mittlerweile bei Bayern 3 und moderiere da unter der Woche, am Wochenende, je nachdem. Aber dann nicht als Chris Griffin oder Brooke von One Piece, das würde auffallen. Okay, na das war es schon wieder. Danke, dass du da warst und schaltet alle wieder ein beim 1-Minuten-Spot-Star. Tschüss. Prost.